so grüß hier nochmal ich habe mir jetzt gerade gedacht ich hier nutzlos geräte zusammenschraubt die wo ich repariert habe könnte ich auch noch vielleicht die eine oder andere sache sagen und zwar ist es so ich habe ewig lang mir eingebildet ich mache das nicht so richtig machen will ich es auch jetzt noch nicht beziehungsweise nicht in so einem großen stil es wird aber so sein dass ich erst einmal und auch müssen wir anders anfangen es gibt die die kurse die lötkurse schulungen bei marco raiber raiber-pcs.de glaube ich als das modul 1 und modul 2 das haben wir einmal und dann gibt es also modul 1 und modul 2 das ist der größte scheiß da das gerät aber das wird eh nix so und dann habe ich mir gedacht aber marco schaut es mit denen schaut es einmal mit der zeit schlechter aus der kann das mal einmal im monat so was machen dann habe ich mir gedacht machen wir es doch so dass die kunden die wo bei ihm anfragen und das gibt es nämlich die leute wo bei ihm anfragen für noch einen noch weiterführenden kurs oder die wo spezielle einzelne probleme haben machen wir doch das hier also einzelne was weiß ich jemand hat speziell ein problem dann kann man sowas hier behandeln das werden wir auch machen ich werde das zusammen mit dem alex machen der wo auch marco mit dabei ist werden wir aber noch drüber reden das wird noch ein paar wochen dauern und dann werden wir das hier anbieten beziehungsweise einzel weiterführende sachen für jemanden der wo noch mal einzeln auf irgendein thema besonders eingehen will oder auch ja wie auch immer es ist halt so ich habe mir gedacht man kann auf einen einzelnen menschen und auf zwei menschen also wenn dann passiert das hier nur ein zweier teams mit zwei besuchern viel viel genauer eingehen wie auf vier leute und ich mache es jetzt sogar so also ich habe jetzt auch bereits zwei interessenten nächsten samstag kommt kollege aus zürich und dann wird noch jemand aus österreich kommen und den werde ich einfach ein einzel kurs geben kurs in anführungsstrichen werden wir auf die probleme eingehen die wo derjenige hat und werden wir dann da lösungen erarbeiten beziehungsweise da schauen wie man den kollegen helfen können hier ist es natürlich dann noch mal viel krasser wenn man noch mal ganz genau irgendwie sag jetzt mal auf diejenige person ganz genau eingehen kann und kann genau schauen was hat der für problem und wie kann man dem helfen wird viel besser funktionieren wie in dem kurs mit vier leuten oder noch mehr leuten weil einfach das ja es ist einfach so man braucht gar nichts vorbereiten es gibt ja auch keinen direkt speziellen ablauf dem man sich jetzt irgendwie vorstellt sondern man muss halt einfach gezielt probleme abarbeiten und ja und sich anschauen wo liegen überhaupt die probleme ganz genau und was kann man dagegen tun dafür ist es da das werden wir auch so machen und das wird auch so funktionieren mehr brauche ich dazu nicht sagen das machen wir hier beziehungsweise das mache ich jetzt schon wer irgendwie interesse hat an einer einzel vor an einer einzelvorführung der kann sich gerne mit mir melden ansonsten die zweier kurse ansonsten die zweier kurse jetzt nach dem 23.3 weiß ich da mehr weil das ist der tag wo ich dann wieder in ahlen bin bei marco und dann werden wir darüber noch ein bisschen genauer uns unterhalten wie gesagt erwartet es hier keine mega action und keine ja irgendwelche sachen dass ich einmal wie ein heiliger vom himmel kommen und euch alle probleme eures lebens erzählen kann die wo ihr da so habt und ihr danach raus geht wie die zweite jester jones oder keine ahnung es wird nicht passieren was passieren wird ist dass man auch probleme die wo jemand hat hundertprozentig eingehen kann dem auch hundertprozentig helfen kann das da bin ich mir sicher und das klappt das ist das was ich hier machen will und das wird auch funktionieren ja und das war es eigentlich mehr gibt es dazu nichts zu sagen ich mache jetzt nochmal gleich ein video wo wir nochmal auch die wo wir noch mal ein paar fragen beantworten und ansonsten war es glaube ich heute gut montag sagt mir jetzt schon fallen das sind ein paar geräte was gewonnen das ist cool am montag wird es meistens mega behindert aber das passt alles alles klar dann wisst ihr was das angeht schon mal bescheid und dann schauen wir mal hat's rein aus aus